Was wollt ihr? Vorsicht wäre angebracht, ihr tragt keine Kleinigkeit bei euch. Ich trage gar nichts. Natürlich. Ich kann es vermeiden gesehen zu werden, wenn ich es will. Doch ganz und gar zu verschwinden, das ist eine seltene Gabe. Wer seid ihr? Fürchtest du dich? Ja. Du fürchtest dich noch nicht genug. Ich weiß, wer dich verfolgt. Lass ihn in Ruhe, oder du bekommst es mit mir zu tun, du langes Elend. Du hast ein wackeres Herz, kleiner Hobbit. Aber das wird dich nicht retten. Du darfst nicht auf den Zauberer warten, Frodo. Sie werden kommen.